Los! Hallo alle zusammen, ich bin der Herr MrMystery, MrMystery, naja, okay, MrMystery, äh, ich bin ein YouTuber, hä, will ich jetzt nicht behaupten, mehr oder weniger, mehr oder weniger, naja, bin 14 Jahre alt, wohne bei Darmstadt, äh, hab früher unter einem anderen Namen gedient, gedient, ne, ähm, okay, äh, äh, unter dem Namen Panzerum LP, oh Gott, ist ein bisschen Nike-Boss-mäßig, ne, ja, so, ähm, und ja, äh, ich nehme irgendwelche merkwürdigen Videos auf, was weiß ich noch nicht, und stelle sie rein, um euch zu lustigen, irgendwie, Ja, also, wie gesagt, ich bin ja ein ganz stickdomaler, hobbyloser Junge, der irgendwelche, seine Freizeit damit vergeudet, irgendwelche hobbylosen Videos ins Netz zu stellen, die dann nie wieder rauskommen, und dann irgendwelche, ja, aber egal, Ah, das ist ein anderes Thema, äh, jedenfalls werde ich an irgendeinem Scheiß labern, und ich werde das hören, und dann hoffentlich Kommentare abgeben, das werde ich sehr hoffen, äh, hoffe ich wirklich, wirklich. Und, ähm, bitte, gebt Kommentare, nicht wie beim letzten Channel, das war ein bisschen doof, also, da kamen keine Kommentare zusammen, also, okay. Ja, und ich hoffe dann, wir werden Spaß zusammen haben, und, äh, ihr könnt mir auch, ihr könnt mir auch Anregungen schicken für irgendwas, keine Ahnung, was euch einfällt. Ja, ähm, das war ich, äh, Mr. Mystery, naja, das war so ein R drin, weil, keine Ahnung, Mr. Mystery war nicht mehr frei. Okay, das war's, dann... Okay, das war's, dann geht's, dann急 laимun菌, bis ihr quell !"